So, jetzt mal gucken, ob Hawkeye seine Tasten im Griff hat, ob die wieder so eingestellt sind, wie sie sein sollen und wir spielen zum zweiten Mal Bombe an diesem Abend. Und damit halt oderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Was können wir denn gebrauchen? Alles. Einmal Claimor reicht. Wir haben sogar dreimal Claimor. Warum hast du keine dabei? Weil du schon eine dabei hast. Aber deine brauchen wir auch. Die ist ganz wichtig. Die anderen beiden haben wir noch. Aber deine ist wichtig. Wieso schwebt denn das Auto hier immer noch beim Haupteingang? Ich guck, beim Haupteingang. Ja, da ballern sie auch wieder rum. Könnte also Küche sein. Ich glaub, eher da oben. Nee, Küche ist es nicht. Blau, 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 blau. Ich mach jetzt hier die Zwischenwand auf. Aber da ist keine, 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 keine Lange. Da kann ich ja reingucken. Die haben irgendeinen Plan. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Einsatz in 10 Sekunden. Das ist doch gar keine italienische, also keine Gis-Schrottflinte. Mit was schießen die das so oft? Genau. Das klingt doch ganz anders als die Gis. Einmal Jäger zerstört, das haben die ja gar keinen Jäger mehr. Und die beiden Kameras unten. Schockdrohnen-Einsatz. Schockdrohnen-Einsatz. auf zum haupteingang da ist groß die türe offen miram ihre fenster geht kaputt mir und jäger da ist der entschärfer mittendrin hier kommt man irgendwo ganz aufs dach doch jetzt sind ja alle tot beim entschärfer der jäger ist hier oben kamerafrau hat mich jetzt die auf einmal in dem kackraum gewesen hauptschlafzimmer kamerafrau schuss da war der kopf los bring die kamera vor um e-bahnen jawohl ich hab sie nämlich angeschossen zeit läuft ab ne na aber schwein gehabt ist es leer mann von ehrmann ist es leer mann es war von ehrmann aber ist noch nicht leer gewesen mann steckt die hand ins glas aber wir will hier nicht so rum kann ich ja nicht mehr spielen doch hast du noch andere du legst auf deine mmo maus das nach vorne laufen und so daumen tasten wir müssen eine bombe aufschneiden oh geil dach oh ja unten war kamerafrau küche diesmal das macht ein kattender sie kriegt es nicht gebacken und stirbt dann schreib es doch mal dafür wirst du zuständig setz die opfer hat mister zehn sekunden was jetzt kommt gerade eine überblende ich dachte es geht los ich dachte schon scheiße jetzt habe ich meinen spawn geändert das spiel würde mich erschrecken ja wahrscheinlich rück zur bombe vor und entschärft sie diese spawn spammer sagt sich das spiel da schießt traurfrost das hört man an dieses kapital was ich hab noch nicht geschossen tachanka na das war der chunker hinterm schild da war frau frost da markiert rot da ist echo in der aufgangsbar aufgangsbar ist einer klingt wie kamerafrau doch hat sich gerade gespritzt äh ich glaube die ist rechts hibana ne doch nicht hm 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 kamerafrau geht jetzt zur hibana frau forst ist schon im eimer ja ich hab sie doch gleich nach dieser nach hier hättest du mal eher machen können zum klo ist einer aufm klo wie kann die sind mit drei schüsse rein der chunker beim klo auch der schießt auf die servicetür thomas beim service eingang der chunker kommt oh du hast ja offen scheiße keine klemmer hast du noch in der hand keine drunter kamera vor kamera 50 sehr froh dass er nicht drin ist gar nicht auf dem klo war vorhin jemand der chunker geschützt hat vorhin genau auf diese tue geguckt ja ich hab's gesehen nein so weit habe ich doch gar nicht vorgeguckt ein was denn Ich bin schon festgehalten, dass wir jetzt nicht mehr so weiterschützen. Hm, bitte? Wenn man die neue Operation losgeht. Man schätzt Mitte März. Also womöglich nicht diese Woche, sondern nächste. Was war das denn jetzt? Hat mich jemand... Entweder wollte er noch das Loch weiter aufmachen oder die Luca. Ah, die Luca hätte er aufbekommen, war ich schon noch nicht fertig. Dann hat er bis das Loch erarbeiten wollen. Die Dienste haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Die Mibana. Und Kapitän. Genau. Ah, es geht auch rein. Dass der die Kamera nicht kaputt machen will. Shisha-Tür geht auf. Ja, ich bin hier, Shisha. Okay. Runde fährt rein. Glas haben sie. Oh Gott, hier ist Rauch. Ja, hier ist Rauch. Kanade fliegt. Noch eine Rauch. Ich gucke mit dem bösen Auge rein. Wer da reinkommt, sehe ich das. Noch mehr Rauch. Noch mehr Rauch. Und Feuer. Hauptsache es geht nicht wieder durch die Wand. Mann, Alter, was ist denn das jetzt hier, Alter? Mein Gott. Oh, was? Kein Kopfschuss. Wir haben die, was haben die denn da alles bei, Alter? Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Getroffen, aber kein Kopfschuss. Warum rennt der denn einfach darüber? Eliminierungsassistent. Er wollte den Türpfosten treffen. Mitterstören. Wie, jetzt sind die mit Rauch angekommen und Blendenkram und du nimmst nicht den Warden? Was ist denn hier los? Die werden das nochmal machen. Überlegt. Wie, wer soll jetzt Spritzen geben? Hm. Kannst du nie was. Nein, jetzt sag ich, ich muss dieses Schild dabei. Nein! Nein! Der hat das Nitro. Verdammt. Oh. Kannst du die Tür zu stellen? Hm. Jetzt bewegt sich kaum jemand. Die bewegt dich doch niemand. Bei einer kann ich jetzt nicht ausspringen. Komm, ich stehe direkt davor. Standort der Bombe ist klar. Entsprechend planen. Oh, da ist doch Ella. Der hat aber ein komisches Ausfit. Der Ella? Gesamtgestellte aus dem Grusel-Outfit. Nach 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe vokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Das Bild war auch vorhin, es waren zwei Kameras hier drin. Kapital haben sie wieder. Oh, Kali haben sie wieder Ruinen. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Wie ich hingucke, aber jedes Mal nicht geblendet werde. Ich habe das Gefühl, das waren sieben. Hoffentlich brennt er nicht wieder durch die Wand. Oh Gott, das Fenster ist rote Fenster. Rote Fenster ist auch gut. Ibane an dem Fenster. Dickes Billard Fenster. Links hängt. Drohne im Türrahmen. Drohne im Türrahmen. Oh, ist drin, Hockey. Ich habe gesagt, dass jemand an der Tür ist. Wo du gerade noch standst. Keiner kann das Böse Auge zerstören. Eine falsche Ping-Frequenz wir pingen fast immer zugleich. So ist besser. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Braucht gar nicht sein Herzschlagsensor. Ist doch die ganze Zeit markiert, der Schwarzbert. Werde nicht mehr. Kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Was? Jetzt bringt der Schwarzbert den um, obwohl der unten rumrennt. Oh Mann. Alter. Ist doch nicht dein Ernst, Junge. Ey. Wenn Hockey da schon vorm Fenster rumscheuchelt, wenn ich da an die Küche denke. Als Frau es mich umgebracht hat. Ich sollte mich da eher raushalten. Wenn da schon der Gegner weiß, da ist jemand, dann gerate ich bloß zwischen die Fronten. Dann geht das so schief, wie es hier schief ging. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.